hallo liebe campingfreunde ich bin mal wieder bei lisa automobile und habe einen venturer für euch auf den ersten blick nicht erkennbar aber dieses fahrzeug ist mit aufstelldach ein venturer 630 l ja wir schauen gleich mal nach hinten hinten wird es interessant das ist ein fahrzeug mit 6 meter 40 länge und wir sehen hier gleich ja hier kann man das bett hinten aufstellen da gibt zwei aufsteller schaut mal und jetzt könnt ihr hier fahrräder einstellen ganz praktisch oder fahrräder oder andere sachen auf die schnelle ich möchte euch das gerne mal aus hier wir haben hier ein maß von 1 meter 82 passen auf jeden fall kompakte räder sofort rein oder bei mountainbike zum beispiel nimmt die vorderräder aus und passen hier zwei bis drei räder rein ja klappen das mal hier wieder zurück so wird es gemacht ja wie groß ist das bett ist ja ein längsschläfer mit riesen spielwiese und wir haben hier eine länge von 1 meter 89 und in der breite ja dann nehmen wir mal von fenster zu fenster das macht ihr sinn da haben wir ein meter 84 also hier kann man auch zur not quer schlafen ja schön gemacht hier habt ihr 230 volt steckdose lautsprecher usb steckdose hier an diesem licht und das gleiche haben wir auf der anderen seite auch schaut mal da wiederum noch ein lautsprecher und eine 12 volt steckdose ja hier oben seht ihr die kurbel für die markise ja und in der heckgarage da habt ihr richtig viel platz seht ihr das also das ist ja unheimlich wir haben hier zwischen den kästen eine breite von 1 meter 34 und eine länge von 1 meter 88 und eine durchlade höhe von 67 zentimetern und das ist machbar weil schaut mal hier hier haben wir den frischwassertank verbaut das ist doch super ja und da seht ihr die schottwand ist rausgenommen ist gleich seine trittstufe fürs bett und dahinter hinter da komme ich jetzt gerade nicht ran da verbirgt sich die fünf kilo gasflasche weil wir haben hier eine dieselheizung verbaut ja wir haben rundum natürlich fliegen gitter und verdunkelung dann gehen wir mal weiter ja wir haben hier den landstrom anschluss dahinter ist die kassette für die toilette und hier seht ihr den den kamin für die dieselheizung hier ist diese einfüllstutzen und ein buch einfüllstutzen ich will euch kurz noch mal sagen wozu diese begrenzungs leuchten sind ist das fahrzeug länger als sechs meter müssen solche leuchten an der fahrzeugseite in einem bestimmten abstand angebracht werden daran erkennt ihr ein 6 40er fahrzeug die sechs meter fahrzeuge sind ja 599 die brauchen das noch nicht ja schönen weiß schöne farbe da oben ist ein spoiler für das aufstelldach ja gehen wir mal hinein ja so sieht es aus darum seht ihr gleich das aufstelldach ja ich sitze auf dem beifahrersitz wir schauen uns ein wenig um ja hier oben sind gleich so eine kleine leuchte zwei stufen und das haben wir auf der anderen seite auch ich habe da ja so eine andere leuchte die komplett rüber geht eingebaut aber immerhin findet man hier schon eine leuchte nicht schlecht wir schauen mal gleich in die dinette so wir haben hier ein dinette maß von 1 meter 20 das ist üblich bei 1 6 40er und sitzbank halbe höhe 97 cm ich setze mich gleich mal hinein ist viel platz doch sehr großzügig ist jetzt hier sehr bequem ich zeige euch gleich noch was zur sitzbank auf jeden fall sitze ich hier sehr gut hier unten haben wir filz bespannung schaut mal hier oben ist so eine kunstleder bespannung und dann haben wir hier fliegen gase und verdunkelung kann man denn hier trennen und öffnen ja hier unten seht ihr gleich noch mal die beleuchtung und da hinten ein usb anschluss ja wir haben hier einen tisch der ausklappbar ist und ja ich nehme euch noch mal mit dann seht ihr das besser schaut mal der auch für beifahrer auf dem beifahrersitz der hat da richtig schön platz richtig kann richtig gut essen weil hier müssen sich zum beispiel drei personen diesen tisch teilen und er kriegt den tisch alleine ja lang ist der tisch hat eine länge von circa 90 zentimetern und eine tiefe von 45 cm und die gesamtlänge kann ich euch auch mal ausmessen mit dem alternativ tisch das sind circa 1,20 m das ist schon großzügig ja dann klappen wir das mal wieder ein das geht eben sehr leicht und dann wollte ich euch doch die sitzbank noch mal zeigen weil schaut mal hier fasst ihr rein und dann zieht ihr immer hoch und dann zieht ihr die sitzbank raus ist das nicht toll wir haben überall die so fix befestigung das heißt hier passen zwei kindersitze nebeneinander wenn er jetzt zwei erwachsen oder größere kinder sitzen macht er einfach dieses ding hier rein und dann können die da ganz bequem sitzen super ne ja und so einfach lässt sich das auch wieder zurück schieben fertig hier unten seht ihr dahinter befindet sich die truma diesel heizung der vorschutzwächter ist da auch so ein bisschen versteckt in der ecke unten haben wir luftausströmer hier sind zwei luftausströmer und hier haben wir noch ein fach für die schule da unten ist noch eine 230 volt steckdose ja das war es dann zur sitzgruppe und somit kommen wir zur küche ja wir haben hier ein standard küchenblock so wie es aussieht mit abwäsche und herd und zwei flämme piezo zündung anständigen wasserhahn aufpassen wenn der so steht nicht dass ihr gegen kommt und den aufmacht dann habt ihr eine schöne überschwemmung so hier ist das große waschbecken und dann ist hier so eine abdeckplatte die man gleich zum gleichzeitig zum schnippeln nehmen kann hier seht ihr den temperaturfühler für die diesel heizung sehr gut angebracht hier voll steckdose 230 volt steckdose lichtschalter und hier könnte dem finde ich sehr gut mechanisch klasse ja da unter ist noch eine beleuchtung ihr habt ihr noch ein fach das gegen herausfallen gesichert ist und hier oben zwei geteilt ja da passen so kleinere teller hier und tassen rein und unten habt ihr so mittelbreite auszüge besteckkasten hier noch ein schönes fach also die fächer haben eine richtig gute größe finde ich hier für die töpfe und die an der seite habt ihr noch mal ordentlich staumöglichkeiten ja das habt ihr in 540 er nicht den ich euch gezeigt habe da fällt das weg da ist der kühlschrank der sich jetzt hier befindet kompressor kühlschrank mit eisfach da drüber ist noch so ein kleines fach und drunter haben wir diesmal einen großen also breiten kleiderschrank ja hier schon das halbe bad da gehen wir mal drüber zum schlafzimmer und da hinten seht ihr so ein regal und an den seiten haben wir diesen nur diese hohen schränke die zwei geteilt sind oben etwas tiefer und nicht ganz so tief für die kleinigkeiten und das findet ihr rund um ja da oben habt ihr neki dass wir mit einem handgriff öffnen könnt da ist ein kleines licht ja ansonsten können wir hier noch mal drunter schauen glatten rost hier könnte von oben an die gasflasche auch ran wenn ihr wollt ansonsten kommt man hier von unten ran seht ihr das ja dann kommen wir zum bad das bad ist was besonders hat eine besondere tür ihr seht hier oben sind magnete und da ist metall eine metallschiene und dann klipst du das hier auf so jetzt muss ich aber erst die bodenplatte rausnehmen ja ihr seht duschwanne mit zwei abflüssen so jetzt können wir die tür auf komplett öffnen also oben einmal entriegeln rüberschieben noch ein bisschen schwergängig und jetzt jetzt hier oben mit dem magneten gehalten ja dann zieht ihr den duschverhang hier einmal rum kann den mal kurz ab machen dass man das sieht der wird hier einmal komplett herum gezogen genau und dann könnt ihr den noch an verschiedenen stellen fixieren seht ihr das da auch fixieren so dass er euch beim duschen nicht zu nahe kommt so jetzt halt mal kurz rein dann seht ihr wie viel platz ihr habt ihr müsst ihr das noch bis zur tür denken kann man auch ganz bequem duschen ja jetzt sagen bestimmt einiges na dieser duschverhang ist nicht das wahre aber gut dadurch hat man aber sehr viel platz hier zum duschen ja hier gibt es einen oberstang rein halten zwei spiegel so ein lichtband links und rechts und oben auch noch mal ein handtuch trockner wir haben hier allerdings oben keine zwangserlüftung oder dachfenster leider aber wir haben hier ein badfenster das waschbecken mit großen wasserhahn hier ist die duschbrause dran das ist auch massiver schlauch wie ihr seht sehr schön hier haben wir noch mal ein fach wo ihr noch diverse andere sachen reinpacken könnt und hier gibt es auch noch mal einen schönen großen schrank diese duschtasse auch zwei abflüsse also insgesamt gibt es hier vier abschlüsse dass in jeder stellung das wasser abfließen kann ja ich denke mal das war es zum bad ich stelle mich aber noch mal kurz rein ich bin 1 80 und habe nach oben handbreit platz also und wenn ich mich jetzt hier drehe jetzt ist der duschfang zwar nicht hier habe ich aber genügend freiheit um mich vernünftig zu duschen dann kommen wir mal zum fahrerhaus ja hier haben wir noch das alte fiat chassis ja mir wurde gesagt das kommt mal so mal so mal mit 9 4 chassis und alten aufbau mal umgekehrt ja der hersteller hat richtig zu tun weil viele teile fehlen und da muss er ganz schön variieren ich wollte euch gerne mal die verdunkelung hier zeigen wo wir dann verdunkelt ist doch die sensorik die wird hier ausgespart und von der anderen seite wird dann auch zu gezogen und mit der hält es hier denn mit einem magnetband das fahrzeug hat hier einige assistenzsysteme und an den seiten können wir genauso verdunkeln geht recht schnell ich habe leider immer noch so ein vorhang wir müssen umständlicher ist ja hier neun gang automatik getriebe mit 160 ps ideal gleiche motorisierung habe ich auch in meinen beiden fahrzeugen ja dann zeige ich euch mal das aufstelldach das ist das was knaus auch verbaut wird denn hier entriegelt hier die sicherung wird dann abgezogen ja auch die sicherung abziehen und genauso hier entriegeln so und immer schiebetüren nicht vergessen zu öffnen wenn man das dachfenster aufmacht dass auch die luft entweichen können soll jetzt natürlich das halten und schon öffnet das dach noch ein bisschen nachhelfen ja super jetzt werde ich mal die leiter anstellen ja das ist eine klappleiter die wir da oben eingehängt so jetzt gehen wir mal hoch ist das nicht ein schönes licht hier oben richtig schön hell das könnt ihr hier steuern so dann habt ihr hier noch eine usb steckdose und ein luftausströmer das sorgt für warme luft hier oben gerade bei dem jetzigen wetter guckt man auf anderen seite habt ihr noch mal ablagen und usb steckdose wir messen mal das bett aus wir haben hier eine bettelänge von zwei meter und sieben das ist ordentlich gefällt mir und eine bettenbreite von 1 meter 33 sehr gut ihr habt ja auch noch ein herausfallschutz seht ihr ist da unter versteckt für die kinder und wenn ihr das öffnet ihr seht es hier kann man das komplett öffnen vorne also wie so ein cabriodach ich verlinke ich mal ein video wie man das wie wie das aussehen kann von außen also wie das auch aufgemacht wird jetzt schließen wir wieder das aufstelldach wichtig schiebetür aufmachen dann zieht ihr an diesen beiden strippen vorsichtig so dann müsst ihr hier diese roten nippel ziehen und hier damit die zellplane nach innen kommt ja fast unten jetzt noch einmal ran ziehen hier so und dann könnt ihr das hier wieder verschließen zellplane darf nicht dazwischen sein beim runterziehen so und so verschließe das jetzt auf den beiden seiten und dann wird es hier wieder verriegelt fertig so und über das schiebetür haben wir noch lichtschalter und dort haben wir das truma bedienteil für die dieselheizung und hier habt ihr das bedienpanel hier könnt ihr die aufwohrbatterie anschauen die fahrzeugbatterie frischwassertank abwassertank dann könnt ihr hier die druckwasserpumpe abstellen falls man defekt ist bei dem wasser hin und ihr könnt das licht schalten habt ihr zusätzlich noch eine usb steckdose mit 3 ampere sogar da könnt ihr eure handys laden hier rein legen super sache so dann schauen wir noch mal unter dem beifahrersitz drehen wir den sitz ein bisschen und da haben wir das bordwerkzeug und auf der fahrerseite seht ihr die aufwohrbatterie ja dann kommen wir zum preis von ventura 630 l komfort wir haben ja ein gesamtpreis von 74.990 euro ich film euch mal noch die ausstattung so ein bisschen ab ja ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja hinterlasst mir doch einen daumen hoch und möchtet ihr weitere videos von diesem kanal anschauen abonniert diesen kanal und die glocke nicht vergessen also ich wünsche euch weiterhin viel spaß hier auf dem hof von lisa automobile